Hey, hey, hey und hallo zum fünften Teil von Warum sollte man eigentlich Cannabis legalisieren? Ja, und in diesem Sinne auch danke an Awai für die Unterstützung dieser Sendung. Ja, Cannabis im Straßenverkehr ist ein besonders wichtiges Thema, was wir in diesem Teil behandeln. Ja, warum kann Cannabiskonsum für den Straßenverkehr eigentlich gefährlich sein? Akute Cannabisintoxikation kann kognitive und psychomotorische Fähigkeiten beeinträchtigen, die für sicheres Fahrverhalten natürlich erforderlich sind. Ja, was resultiert also daraus? Höhere Wahrscheinlichkeit, in einem Verkehrsunfall verwickelt zu werden. Es ist also eher unklar, wie sich Restgehalt im Blut auf das Unfallrisiko auswirken kann. Das Risiko des Konsums von Alkohol am Steuer ist jedenfalls weitaus höher. Ja, welche Drogentests und Nachweismöglichkeiten gibt es eigentlich bei Cannabis? Ja, zunächst möchte ich euch noch einen Tipp geben, immer erst freundlich nach dem Anhaltegrund zu fragen, denn das kann für später immer wichtig sein. Was sind die gängigen Praktiken? Also Überprüfung des Fahrers oder der Pfarrerin, Verhaltens, also zum Beispiel Finger auf die Nase oder ähnliche Dinge. Manche fordern Speichertests zur Überprüfung auf den THC-Gehalt, wenn so ein Gerät überhaupt zur Verfügung steht. Andere fordern gleich einen Urin-Test, diesen könnt ihr aber zunächst auch verweigern. Zumindest empfehle ich, das nur bei einem Amtsarzt abzugeben. Denn bei positiven Ergebnissen, zum Beispiel des Speicheltests, gibt es ohnehin einen weiteren Test, und zwar das mit der Blutprobe. Hier übersteigt die THC-Konzentration im Blut, den gesetzlich festgelegen wird, gelten Fahrer oder Fahrerinnen als beeinträchtigt. Wird der Test generell verweigert, darf der Gesetz wieder davon ausgehen, dass ihr berauscht seid, und der Führerschein ist wohl erstmal weg. Ja, ab und zu kann es auch Probleme bei der Analyse übrigens geben. Häufig stimmen Ergebnisse von Speichel- und Bluttests überhaupt nicht überein. Bloße Vorhandensein auf jeden Fall von THC im Blut bedeutet nicht zwangsläufig, dass Fahrer oder Fahrerinnen zum Zeitpunkt des Unfalls durch Cannabis beeinträchtigt waren. Cannabis-Konsum wird leider auf eine Art und Weise getestet, die für die Polizei praktisch umsetzbar ist und für die Öffentlichkeit akzeptabel ist. Auch wenn die wissenschaftliche Grundlage dafür wirklich schwach ist. Ja, THC-Werte im Blut dienen also im Grunde genommen eher dazu, vom Cannabis-Konsum abzuschrecken. Als die Öffentlichkeit oder die Sicherheit zu schützen. Ja, vorrängig sollte es darum gehen, ob eine Fahrtüchtigkeit gegeben bzw. eine Beeinträchtigung zu sehen ist, welche die Fahrtüchtigkeit behindert. Also hier nochmal Metabolisierung von THC. Nach der Inhalation von Cannabis kommt es anfangs zu einem sehr steilen Anstieg der THC-Konzentration im Blut. Das dann zu einem schnellen Abfall aber auch wieder führt, also fast hin bei Zucker. Der Höhepunkt der Beeinträchtigung ist ca. nach 20 bis 40 Minuten nach der Inhalation, auch wenn der THC-Höhepunkt im Blut längst überschritten ist. Also durch Speicherung im Fettgewebe kann THC im Blut in sehr geringen Konzentrationen noch lange nach der Beeinträchtigung nachgewiesen werden. Welche Einflussfaktoren auf die Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit gibt es? Ja, natürlich die Inhalation oder die orale Einnahme von THC. Seltener oder regelmäßiger Konsum spielt natürlich eine große Rolle. Mischkonsum, ob man vielleicht auch noch Alkohol dabei trinkt. Auch verschiedene Cannabis-Sorten können bei Konsumenten komische Erfahrungen hervorrufen, die sich auch auf die Fahrsicherheit auswirken können. Der Grenzwert wird eigentlich so von Experten empfohlen. Deutschland hat eine Toleranzgrenze von 1 Nanogramm pro Milliliter THC. Aber Cannabis-Patienten dürfen am Straßenverkehr teilnehmen, sofern sie aufgrund der Medikation nicht in ihrer Fahrtüchtigkeit eingeschränkt sind. Auch wenn es hier leider nicht für alle Patienten so ausfällt, wie wir leider wissen. Ja, THC-Konzentration im Blut von 3,7 Nanogramm vergleichbar mit Beeinträchtigungen von 0,05 Prozent, also 0,5 Milligramm Blutalkoholkonzentration. Sachverständigenausschüsse haben Konzentration von 5 Nanogramm in der UK oder 7 Nanogramm empfohlen. Verbände aus Deutschland fordern eine Erhöhung auf 10. Aktuelle Grenzwerte laut unseren Recherchen, also Grenzwerte von 1 Nanogramm gibt es in Deutschland, Belgien, Dänemark, Irland, Luxemburg, Niederlande, aber nur wenn mit anderen Substanzen erwischt wird. Grenzwerte von 2 Nanogramm gibt es in der türkischen Republik, im Vereinigten Königreich. Grenzwerte von 3 Nanogramm gibt es nochmal in den Niederlanden, aber wenn nur THC nachweisbar ist, keine anderen Substanzen. Dann noch in Norwegen. Grenzwerte von 9 Nanogramm gibt es in Norwegen. Und weitere spezifische Grenzwerte, also niedrige Werte, 2 Nanogramm Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Luxemburg. Mittlere Werte gibt es eher Großbritannien, Polen, Schweiz, Tschechien, Nevada, Ohio. Und ja, Niederlande und Portugal mit 6 Nanogramm, also hohe Werte bis 18 Nanogramm haben, gibt es in den Bundesstaaten Colorado, Washington und Montana. Kanada ist auch so ähnlich von 4 Nanogramm bis 10 Nanogramm. Ja, welche Empfehlungen für regulatorische Anpassungen gibt es eigentlich? Ja, auf jeden Fall die Anhebung der Toleranzgrenze für Genuss und Medizinalcannabis. Die Einführung eines Drogentests, der den Rauschzustand und nicht den Restwert ermittelt. Strafen, welche auch in angemessenem Verhältnis zu der Gefahr für die Verkehrssicherheit stehen. Unter Umständen höhere Strafen für wiederholtes Fahren mit hoher Beeinträchtigung, hohe Strafen für Mischkonsum, Überweisung, vielleicht dann eine Drogenberatung oder Therapiestelle. Ja, in Deutschland soll das Bundesverkehrsministerium dafür bis Ende März einen THC-Grenzwert vorschlagen. Diese soll im Sommer 2024 umgesetzt werden. Das bisherige absolute Verbot unter dem Einfluss zum Cannabis-Auto zu fahren, sollte durch eine Regelung ersetzt werden, die wie 0,5 Promille Grenze beim Alkohol ein Grenzwert für THC im Blut festliegt. Bis dahin heißt es, sauber bleiben. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.